Wäre es nicht sinnvoller, statt anderen den Linkstatus abzuerkennen, mit ihnen in den Diskurs zu gehen? Durchaus, das wäre sehr sinnvoll, das sollte man machen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Heute reden wir noch einmal über Shoyoka, weil Shoyoka wiederum über Alicia Jo gesprochen hat. Und mich interessiert ehrlich gesagt nur eine Sache. Hat Shoyoka sich geändert oder hat sie sich nicht geändert? Und das möchte ich gerne zusammen mit euch erfahren. Und weil ich mir nicht das komplette Video anschauen möchte, jetzt hier in der Reaktion, weil es einfach viel zu lang werden würde, ich kenne mich ja selber, schauen wir uns eine Kurzfassung an, in Anführungsstrichen, und zwar von weirdflex030. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du dieses Video gestaltet hast. Schaut auch sehr, sehr gerne bei ihm vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und wir gehen jetzt rein und ich bin gespannt. Früher hieß es Schneewittchen und die sieben Zwerge und heute heißt es die Latiner und die sieben politisch korrekten Genderaktivisten. Wie ihr bestimmt schon gehört habt, steht Disney in Kritik wegen ihrer Wokeness und dass die auf Krampf alles diverser gestalten wollen. Das spiegelt sich auch in Disneys Zahlen wieder, denn Disney ist am Abstürzen. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute sprechen wir über Shoryoka und ihre Reaktion auf Alicia Joes Video. Unsere gute Alicia Jo hat ein Video über Disney gemacht zum Thema Wokewashing. Davon hat natürlich unsere Lieblings-Genderaktivistin Shoryoka Wind bekommen und hat darauf ihre Meinung abgegeben. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Video insgesamt sehr stark diskutiert worden ist aus einem gewissen Grund, weil wenn man sich jetzt in die Sichtweise von einer gewissen Personengruppe hineinversetzt, dann kann man das als rechten Sprech klassifizieren. Da muss man immer ganz doll aufpassen, wenn man in diese Richtung geht, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, weil man aus einem Bereich im Prinzip arbeitet, der eben aus dem rechten Spektrum kommen kann. Hier ist ganz wichtig, kommen kann, aber diese ganzen Eventualitäten werden im Internet groß nicht beachtet, sondern hier gibt es in den meisten Fällen halt eben nur die linke und die rechte Schublade. Was ziemlich schade ist, dass da kein richtiger Diskurs entstehen kann. Aber gut, geht's weiter. Und diese schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil meiner Meinung nach ist das komplett lost und es wirkt so, als hätte sie Alicia Joes Video gar nicht geschaut. Sie sich fragen, woher das alle hassen Disney gerade vermehrt bei reaktionären YouTuberInnen herkommt. Als die Don't Say Gay Bill in Florida durchgeboxt wurde, hat sich die Direktorin von Disney öffentlich dagegen gestellt, weil sie selber zwei queere Kinder hat, ein Trans- und ein Pansexualist. Das haben zwei große Twitter-Aktivitäten. Ich frage mich gerade, ob sie das abliest oder ob sie das frei vorträgt, weil es sieht so aus, als würde sie irgendwas ablesen. Accounts and Wokeness und Lips auf TikTok aufgegriffen, um mit Elons Hilfe Anti-Trans-Takes rauszuhauen und gegen Disney zu hetzen. Seitdem läuft die Anti-Disney-Kampagne. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es abgelesen war. Aber wieder mit einer sehr, sehr angespannten Stimmung in der Stimmfarbe, in der Körperhaltung. Die Hände kommen zum Tragen, Arbeiten am Gesicht. Viel Aufregung. Und bis jetzt leider keine große Veränderung zu dem vorherigen, was wir uns ausgiebig angesehen haben. Schade. Danke für den Hinweis. Ist das nicht peinlich? Ist das nicht ein bisschen peinlich, wenn die ach so linke, progressive Alicia Joe... Und die Schadenfreude ist auch noch da. Okay, es hat sich anscheinend nichts geändert. Wir können das Video jetzt ausmachen. Ich wünsche euch schon wunderschöne... Nee, Quatsch, wir gucken uns das natürlich noch bis zum Ende hin an. Aber nee, es hat sich anscheinend nichts geändert. Hier ging gerade eben die Körperhaltung nach oben. Da wird sich so ein bisschen fremd gefreut dafür, dass eine allzu linke YouTuberin ja doch gar nicht mal so links ist in der eigenen Ansicht. Das Jubeln in den eigenen Reihen findet statt und der vernünftige Austausch wird getötet. Auf YouTube reinfällt, auf rechte Propaganda. Komisch, in Alicia Joes Video ging es gar nicht um ihre politische Einstellung. Ist Alicia Joe wirklich links und progressiv? Am besten fragen wir sie selbst. Okay, also erstmal würde ich sagen, ich habe mich noch nie als, um das zu sagen, als links und progressiv bezeichnet, glaube ich, im Netz. Reingefallen, was nicht stimmt. Ich habe einfach zu verschiedenen Themen verschiedene Meinungen. Und damit haben wir in den ersten 30 Sekunden schon den ersten Griff ins Klo. Kann es etwa sein, dass Shoryoka ihr Video gar nicht gesehen hat? Aber schauen wir mal weiter. Es ist eh diese Sache mit links und das ist das, was ich meine mit den Schubladen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Leute gar nicht wissen, was jetzt links und was rechts ist. Unter anderem ist es ja auch manchmal so, dass gewisse Spaltgruppen in unterschiedlichen Parteien auch wiederum eine andere politische Ausrichtung mit sich tragen und auch vertreten. Da wird immer ganz, ganz schnell der Deckel drauf gemacht, weil es sich natürlich so wesentlich leichter argumentieren lässt. Der ist links, der ist gut, der ist rechts, der ist böse. Machen wir uns die Welt einfach, statt auf die jeweiligen Standpunkte einzugehen und dann vernünftig miteinander zu reden. Krass. Aber ja, es kann mitunter sein, dass viele Leute auf Grundlage dessen, was Alicia aufgreift, sie als links lesen. Und das wird dann übernommen und man sagt, ja natürlich, das hat die doch schon mal gesagt, die ist doch ganz klar links. Interessant. Und eine Anti-Disney-Kampagne, weil es um den Schutz von queeren Rechten geht. Und das wird dann rauf und runter geteilt von irgendwelchen Influencern, die sich selbst als links verorten. Das ist YouTube-Twitch. Okay, nur weil man ein Kritikvideo über Disney macht, heißt es noch lange nicht, dass man eine Anti-Disney-Kampagne startet. Und außerdem kann man doch links sein, aber trotzdem eine andere Meinung zu Disney haben als du. Also nur weil man die gleiche politische Orientierung hat, heißt es doch nicht, dass man zu allen Themen dieselbe Meinung haben muss. Den hat er gut aufgegriffen. Da hat sie sich eine kommunikative Krücke selbst gestellt oder beziehungsweise einen Galgen aufgehangen. Das würde ja dann in der Schlussfolgerung, wenn man es so deuten möchte, bedeuten, dass wenn du dich gegen Wokeness äußerst, ich sage das jetzt extra so, Wokeness ist ja irgendwie ein etablierter Begriff geworden für was Negatives. Wenn du dich dagegen äußerst, dann kannst du nicht mehr links sein. Und links gibt es dann auch nur das eine links und nicht Spaltgruppen. Es gibt nur das eine, das Richtige und der Rest ist rechts. Interessant. Das macht ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Das ist YouTube und Twitch Deutschland. Das sind eure Influencer und das ist ihre politische Bildung. Ich werde es nie verstehen können. Ich glaube, ich werde es einfach nie verstehen können, wie man sich so zeigen möchte. Es ist ja ihr freier Wille. Sie hat wirklich lange Zeit eine Hate-Welle abbekommen. Ich habe versucht, meine Kritik immer möglichst konstruktiv zu halten und nicht zu harsch zu sein. Das war so ein bisschen mein Anspruch. Es gab aber auch sehr deutliche und sehr direkte, auch teilweise übertriebene Worte ihr gegenüber. Viele Beleidigungen und Drohungen und Sonstiges. Aber sie macht straight weiter mit dieser Art des Sprechs. Und mit dieser Schadenfreude einfach. Ich meine, ich bin jetzt kein Profi im Gesichterlesen, aber das hier ist für mich irgendwie Schadenfreude. So, ha, guckt euch die mal an. Wir sind die Echten. Die sind nichts wert. Und ihre Integrität und ihre Ahnung von Marginalisierung und Diskriminierung. Hm? Ich hatte ein Dutzend, ein Dutzend Influencer in meiner Timeline, die mir das Video von Alicia Jo empfohlen haben und das geteilt haben, ohne drüber nachzudenken, mit Worten wie, oh, next based Video von Alicia. Und du bist nur so, mhm, sehr based. Aha. Auf jeden Fall, absolutely. Wir sind jetzt auf jeden Fall in dem Punkt, wo Twitch-Influencer und YouTube-Influencer es als based bezeichnet, wenn man People of Color vor den Bus schmeißt. People of Color vor den Bus schmeißen ist schon eine harte Anschuldigung. Schauen wir uns doch mal an, was Alicia Jo in ihrem Video zu Diversität gesagt hat. Wir haben jetzt auch Disney Plus tatsächlich und haben auch vieles da schon gesehen. Und ja, zurzeit lohnt es sich richtig gut. Da laufen ja auch Sachen, die so mit Disney nichts zu tun haben, die sie aber mit eingekauft haben. Du kannst sie dann da sehen. Family Guide zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt so das wokeste, was man sich ansehen kann in dem Bezug. Aber es deckt sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme auf, was ich schön finde. Aber da hatten wir den Film Soul gesehen. Und den könnte man so in der Sichtweise, wenn es einem wichtig ist, so als POC-Film ja schon irgendwie deuten. Es geht um die schwarze Geschichte. Es geht um Jazz. Es geht um Musik, Lebensgeschichten, Gemeinschaft, Community und alles drum und dran. Und der Film ist wunderschön. Den kann man sich wirklich gut geben. Den kann man sich gut anschauen. Aber weil er einem guten Konzept folgt und stimmig ist, wo es viele Leute gibt, die sich darüber beschweren, ist halt eben, wenn, ja, das ist wie mit Schneewittchen, glaube ich, die Geschichte, wenn sowas abläuft. Oder diese riesige Aufschreibe, Ariel und, und, und. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass das zu sehr mit Druck geschieht, diese Veränderung, diese Angleichung. Und das führt halt wiederum zu Spaltung. Davon brauchen wir eigentlich nichts mehr. Spaltung haben wir schon zu Genüge. Die Disney, Netflix oder Amazon achten vermehrt darauf, dass ihre Produktionen, Serien oder Filme möglichst divers besetzt sind. Sprich, wenn man einen Cast von 30 Menschen hat, dann schaut man, dass da auch genügend Frauen bei sind. Genügend Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkünfte, sexueller Orientierungen oder auch Menschen mit Behinderung. Das an sich wirkt ja erstmal wie eine noble Geste. Also ich bin auch total dafür, dass wir in den Medien, ja wie soll ich sagen, zumindest die Realität abbilden. Also es gibt nun mal all diese unterschiedlichen Menschen auf unserem Planeten und es wäre ja doof, wenn die Filmindustrie das nicht spiegeln würde. Komisch, klingt ja fast so, als spricht sich Alicia Jo hier für Diversität aus. Was hat denn Alicia Jo wirklich in ihrem Video kritisiert? Was an dieser Political Correctness aber häufig kritisiert wird, ist, dass dieses Abbilden von verschiedenen Menschengruppen nicht auf eine organische Art und Weise passiert, sondern regelrecht mit Quoten, die bestimmte Merkmale betreffen, durchgedrückt wird. Egal, ob es jetzt für den Film passt oder nicht. Und hier kann ich einfach nur zustimmen. Denn ich finde es absolut unangenehm, wie Disney versucht, vorhandene Filme eins zu eins neu zu verfilmen und einfach woke Charaktere einzusetzen. Das wirkt so, als wenn die auf Krampf politisch korrekt sein wollen, um so letztendlich auch mehr Umsatz zu erzielen. Was, wie wir gesehen haben, in die Hose ging, weil selbst die Leute davon genervt sind. Und eins der besten Beispiele, die ich von Netflix mitbekommen habe, war folgendes von Felix Lobricht. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. Es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. Also die wollten so, die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Weißt du, was ich meinte? Also die wollten so einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Filmen so reinpasst. Und das denke ich mir nicht aus, Tommy. Bei der Szene am Anfang, wo Lukas und seine Freunde im Park irgendwie Gras kaufen wollen und an dieser Araber-Gang vorbeikommen und sich da mit den Streiten auf die Schnauze kriegen. Netflix meinte, ey, das habe ich mir nicht ausgedacht. Netflix meinte, ey, wäre es nicht geil, wenn diese Drogendealer da im Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären, sondern wenn es so eine deutsche, lesbische Mädchengang wäre? Ja, das ist halt das, was ich meine mit dem Durchdrücken von Diversität. Das passt nicht, das wird von vielen überhaupt nicht gefühlt und ist auch nicht konstruktiv. Es bringt den Prozess nicht weiter. Ich finde halt, dass da aber, und das ist halt dieses Wahrnehmungsproblems-Dingsbums, ne? Aber ich meine klar, Shoyoka trägt die ganze Geschichte mit und verteidigt es in der Form auch und demnach trägt sie dann halt eben auch ein wenig Mitschuld an eben dieser Problematik, das durchdrücken zu wollen. Aber das sind ja die großen Konzerne, die großen Firmen, die es anhand von Statistiken umsetzen wollen, um in dieses Schema reinzupassen, dass sie gemocht werden, dass sie keine Kritik bekommen von einer gewissen Gruppierung. Dem wollen sie aus dem Weg gehen, deswegen die Quoten. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall deswegen jetzt eben die Gruppen, die da unbedingt gezeigt werden sollen, dann kritisieren und sagen, äh, ihr da, ihr POCs, LGBTQ, bar und überhaupt, die haben da am wenigsten mitzuschaffen. Das sind die Firmen, die die Gewinninteresse vertreten, aber sonst nichts. Disch ist das Problem. Also bitte für mich das nicht. Und das haben die ernst, also das ist nicht ausgedacht. Junge, das ist doch einfach nur lächerlich. Warum will man denn die Realität so hart verändern, nur um auf Krampf politisch korrekt zu sein? Ich meine, lesbische Drogendealerinnen in Neukölln? Euer Ernst? Oh Mann ey. Und Menschen wie ich, die genau in derselben Gegend wie Felix Lobrecht aufgewachsen sind, nämlich in Neukölln, würden dann über so einen Film lachen, wenn er zustande gekommen wäre, weil es überhaupt nicht der Realität entspricht, dass irgendwelche lesbische Drogendealerinnen da irgendwas in Neukölln verticken. Wäre es nicht sinnvoller, statt anderen den Linkstatus abzuerkennen, mit ihnen in den Diskurs zu gehen? Durchaus, das wäre sehr sinnvoll. Das wollte man machen. Wer entscheidet, welches Links jetzt richtig ist? Anti-Feminismus, anti-Vogue, gegen Vogue-Bewegungen, anti-People of Color ist nicht Links. Okay. Punkt. Das ist nicht das andere Links, das ist nicht das bisschen Links, das ist nicht die Links-Parallele. Wenn du dich gegen die Grundrechte von Menschen stellst und Diskriminierung und Marginalisierung von Menschen nicht anerkennst und nicht sehst, bist du nicht Links. Nicht sehst. Wenn man aufgeregt ist, sollte man nicht im Internet präsent sein. Jutti. Also, wenn man ein Video erstellt, in dem man Disney kritisiert, wegen einer Art von aufgezwungener, ich sag's wieder, Wokeness, ist man automatisch auf gar keinen Fall Links. Kein bisschen Links, kein überhaupt Links, sondern dann ist man, was auch immer, vielleicht in der Wahrnehmung rechts, würde ja dann von dem Denkschema her passen. Alter, Vater. Es tut immer wieder sehr, sehr weh. Dann hab nicht ich dir deinen Links-Status aberkannt, dann warst du einfach in the first place niemals Links, hör auf dich als was zu benennen, was du nicht bist. Auch das hat... Das erinnert mich grad so hart an die ganzen Geschichten mit der militanten Veganerin. Vegetarisch sein ist immer noch furchtbar, du bist ekelhaft, geh dich am besten selbst schlachten, so nach dem Schema her. Dass es durchaus Menschen gibt, die hier bei den Aussagen, die Shoyoka trifft, die auch schon lange politisch aktiv sind und sich Links einordnen, dass sie einfach nur den Kopf schütteln, das sieht sie nicht. Ich find's so schade, dass wir immer extremer werden müssen oder dass die Lautesten die meiste Aufmerksamkeit genießen. Sei es jetzt positiver Natur oder negativer Natur, das ist egal. Die entziehen dieser Aufmerksamkeit Leuten, die wirklich eigentlich wichtige Dinge machen. Krass. Hat schon wieder gar nichts mit Alisha Joves Video zu tun, dann schauen wir uns mal an, was sie davon hält, wenn Schwarze die Rolle übernehmen. Ist es mir persönlich auch komplett egal, wenn ein ursprünglich mal deutsches Schnüttchen von einer Latina-Schauspielerin gespielt wird. Oder wenn eine aus dem dänischen Märchen stammende Meerjungfrau von einer schwarzen Person gespielt wird. Das ist nämlich logisch stringent, wenn man jetzt meine Argumentation anguckt. Scheint so, als wäre jemand uninformiert, hätte nicht das Video geguckt, aber will trotzdem seine Meinung raushauen. Ich finde es auch so großartig, wenn mir gesagt wird, hey, geh doch in einen Diskurs mit Leuten. It's not like I'm talking for 10 years here. Naja, du sprichst hier nur in die Kamera zu den Leuten, also zu deiner Community. Aber du sprichst ja nicht wirklich zu den Leuten, die du kritisiert hast. Beispielsweise mit KuchenTV, ich glaube, mit denen wolltest du auch nicht sprechen. Sich austauschen. Ja stimmt, das ist eigentlich wirklich gar keine schlechte Idee, ne? Aber es ist ziemlich komisch, weil eigentlich alle aus eurer Bubble wurden mal angefragt, ob die vielleicht mit uns reden wollen, dass wir die Sachen einfach mal vernünftig in einem Talk klären. Wurde aber irgendwie nicht darauf eingegangen. Also Kommunikation natürlich auch nur, wenn man die Leute mag, weil Probleme und so, ja, da wird einfach alles weggeblockt. Komisch, wenn ich mit jemandem reden wollen würde, würde ich ihn nicht wegblocken. Die wollen keine komplizierten Gespräche darüber. Die wollen... Schuyoka, komm, wir reden miteinander. Mich politisch einzuschätzen, wird wahrscheinlich anscheinend auch sehr, sehr leicht fallen. Wenn ich mich dagegen äußere, da bin ich ja schon mal per se rechts. Ich finde es interessant, seitdem ich YouTube mache und so ein bisschen in diese Richtung gegangen bin mit Reaktionsvideos und vor allem auf Schuyoka reagiert habe, da habe ich meine politische Haltung in der Fremdwahrnehmung schon so oft geändert. Das ist der Wahnsinn. Wie so ein Chamäleon. Mal rechts, mal links, mal rechts, mal links. Wunderbar. Aber ich hätte die Ruhe und die Muße mit ihr darüber zu reden, wie sie die Welt so sieht, weil ich finde das furchtbar interessant. Und ich bin bis jetzt noch keinem Menschen in der echten Welt begegnet, der so drauf ist. Ich glaube, das sind die großen Vorteile, dass man im Dorf lebt. Hier ist die Welt größtenteils noch in Ordnung. Nicht darüber reden und diskutieren, wie, wo, was, wie entstanden ist und was das für ein Rechtsrückgerade ist. Die wollen ihre Placements machen und ihren Merch verkaufen und ihre Gaming-Streams machen und... Das will Schuyoka auch. Schön, dass das Video so amüsant ist für mich. Ich hatte heute einen leicht anstrengenden Tag, aber wir haben, kann ich immer so nebenbei erzählen, heute ein Fünferpaket Ochetafeln verkauft an eine evangelische Jugendgemeinschaft oder Jugendhilfsgemeinschaft. Das hat mich ziemlich gefreut. Und da habe ich dann auch noch so ein Frühstücksbrettchen dazu gepackt. Ich wollte auch gerade noch so, für den harten Kern, der sich diese Videos so lange anschaut, hier ist die Ochetafel. Link ist auch natürlich in der Videobeschreibung, weil ich bin auch nur dafür da, um Sachen zu verkaufen. Ne, wir haben jetzt nur noch die hellen Tafeln größtenteils. Ich glaube, ich habe noch fünf braune Tafeln im Regal liegen. Und der Rest sind alles diese weißen Akustiktafeln. Und Tobias Huch hat sich auch gemeldet. Tatsächlich, er hat Interesse, aber wahrscheinlich würde noch abwarten, bis wir den zweiten Drop anstreben mit der nächsten Generation der kommenden Ochetafeln. So als Nebeninformation. Aber das mit dem Verkaufen und Schuyoka, da erinnere ich mich an diese kleine Dokumentation, wo sie drin vorkam und auch Freiraum Reh. Und dann wurde dann im Terminkalender geplant, wann dann das Placement und das Placement und das Placement läuft. Ich meine, natürlich, das ist die echte Welt. So finanzieren sich halt eben solche Leute, die im Internet ihre Arbeit gefunden haben. Vollkommen in Ordnung. Aber das sollte man nicht als Argument nehmen, wenn man selber nicht anders handelt. Tja. Ihre Beauty-Produkte verkaufen. And that's it. Und wenn man dazwischen hier und da ein politisches Video teilen kann, und das ist von irgendeiner Kollegin, die viel Reichweite hat, mit der man dann auch kooperieren kann, damit die eigene Merch noch besser verkauft wird, dann ist das alles, was man braucht. Sie wirft jetzt den Leuten vor, die auf Alicia Joves Video reagiert haben, dass sie nur mehr verkaufen wollen. Vielleicht reagieren so viele Leute auf das Video, weil es einfach ein aktuelles Thema ist und das Video auch gut recherchiert ist. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man mit jemandem sympathisiert, nur weil man auf das Video reagiert. Hä? Wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, dass ich mir als Influencerin meine Karriere versaue, weil ich politisch bin. And it's true. It's fucking true. Weil du als Influencerin nicht erfolgreich und reich wirst, indem du eine politische Meinung hast. Und die Auswahl hat sich schon mal gebracht und die ist kompletter Nonsens. Das ist Quatsch. Vor allem, wenn du in diesem Spektrum unterwegs bist, bist du eine sehr, sehr gute Werbefigur, weil du ein Gefühl vermittelst, weil du eine ganz klare Zielgruppe ansprichst. Und das ist für werbende Menschen, also für werbende Firmen eher gesagt, interessant und cool, weil sie spricht dieses besonders linke Spektrum an, nennen wir es mal so. Und da kannst du halt eben auch Produkte verkaufen, die genau für diese Zielgruppe gedacht sind. Und dass sie Produkte verkauft, ist ja kein Geheimnis. Also Quatsch. Und wie gesagt, die Szene zerschießt sich auch mit ihrer eigenen Aussage in dieser kleinen Dokumentation, mit ihren Freiraum-Re, wo dann geplant worden ist, wann das und das und das und das und das Placement laufen soll. Und ich meine, dann hätte sie ja auch nicht diese Zusammenarbeit mit der Zeitung bekommen, wäre sie nicht so politisch aktiv in ihren Augen. Sondern indem du lächelst, freundlich bist, mit allen klarkommst, mit allen Kooperationen machst und dann deinen Scheiß verkaufst. Als Influencer machst du das beste Geld, wenn du politisch den Mund hältst, sagt Kim immer, ja, of course. Das muss auch nicht unbedingt stimmen. Schauen wir uns mal Papa Schlumpf an. Er hat ein ganzes Video zur CDU gemacht und hat mittlerweile schon 20 Millionen Aufrufe damit. Ich würde sagen, das war einer seiner besten Videos und damit hat er sehr viel Hype um seine Person generiert. Natürlich kann es auch in die Hose gehen, wenn man sich politisch äußert, aber es kommt halt drauf an, wie man das macht. Ich meine, wenn du zu jedem sagst, er sei uninformiert, wenn er nicht deiner Meinung sei, dann kommt das nicht so positiv an. Ich will keine Reactions auf solche YouTube-Videos machen, Leute. Ja, würdest du nämlich eine Reaction auf Alicia Joes Video machen, würdest du merken, dass viele deiner Punkte Strohmann-Argumente sind. Da sie zum Beispiel People of Color nicht vor dem Bus schmeißt in dem Video, darum geht es überhaupt nicht. Also ich finde ja, Mensch ist Mensch und mehr braucht es doch auch gar nicht. Verstehe nicht, warum Influencer da politisch sein müssen, echt. Honestly, wirklich. Diese Mensch ist Mensch-Aussage, da oben. Da oben kotzt es mich an. Mensch ist Mensch, weiße Cis-Head-Personen, always. Warte. Greif das doch auf und dann sprech doch über die Probleme, wenn du das schon zehn Jahre lang machst, wie du es eben erwähnt hast. Es ist... Wenn man sich dafür engagiert, dann sollte man es auch wirklich auch das zehntausendste Mal immer und immer wieder wiederholen, wenn es einem wichtig ist. Und ich dann diese Floskel raushaue und so, du Dummerchen, du dummer, dummer, dummer Mann, Cis-Hetero-Mann, wach. Was hat sie gesagt? Mensch ist Mensch, weiße Cis-Head-Personen, always. Weiße Cis-Head-Personen. Okay, sie hat nicht weißer Cis-Hetero-Mann gesagt, sondern Cis-Hetero-Personen. Gut, sorry. Also wenn man weiß ist, heterosexuell und Cis, also mit dem Geschlecht identifiziert, womit man geboren ist, dann zählt die Meinung nicht mehr, oder was? Ich freue mich. Nee, dann wird man in ihren Augen als die große graue Masse gesehen, die keine eigene Meinung hat, die einfach nur dem Strom hinterherläuft. Und der Grund dafür ist, dass es der Welt so schlecht geht. Aber dass diese Leute mitunter auch gerne Informationen aufnehmen, sich austauschen, diskutieren und und und, das wird nicht gesehen. Und damit schießt du dir selbst ins Bein. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie viele Rollen du auf einmal divers besetzt, sondern es kommt darauf an, wie die Rolle geschrieben ist und wie gut der Film letztendlich ist. Ich meine, wenn die... Und das ist das große Problem. Da werden Leute nämlich dann ihre eventuell politische Meinung mehr versteifen, in eine Richtung tendieren, die nicht zuträglich ist. Das ist das große Problem und dagegen sollten wir angehen. Wie gesagt, den Film Soul kann ich nur empfehlen, der war super. Der war echt schön gemacht. Wenn die Repräsentation marginalisierter Gruppen scheiße umgesetzt ist, ja dann bewirkt das doch das Gegenteil von dem, was Shurioka möchte. Und wenn du eben diese Filme schlecht umsetzt oder ältere Filme einfach eins zu eins kopierst und einfach nur den Menschen ersetzt durch einen diversen, ja dann wirft das wahrscheinlich kein gutes Licht auf die Woe-Community, sondern schießt der Woe-Community ins Bein. Ich finde, anstatt eins zu eins alte Filme zu nehmen und einfach nur den Hauptcharakter durch jemanden diversen zu ersetzen, sollte man sich doch einfach andere Geschichten ausdenken. Man könnte ja beispielsweise Legenden und Mythen aus anderen Regionen der Welt nehmen und diese verfilmen und ich glaube, das würde auch viel besser ankommen. Nehmen wir zum Beispiel Black Panther. Der Film war echt gut und da hat sich auch keiner beschwert, dass das ein Schwarzer ist, der die Hauptrolle spielt. Weil das eben eine eigene Story, ein eigener Film für sich ist. Ich glaube, die breite Masse stört nicht die Art von Person, die dargestellt wird, sondern sie stoßen sich daran, wenn eine Figur, die sie aus ihrer Kindheit vom Originalfilm kennen, für ihren Remake auf irgendeine offensichtliche Art verändert wird. Ja, das beschreibt es so wundervoll. Die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft stört sich daran, wenn Märchen aus ihrer Kindheit, die alle gewhitewashed wurden, die alle sexistisch sind, reproduziert und neu gemacht werden mit Neuinterpretationen, die an unsere jetzige politische und gesellschaftliche Bildung angepasst sind. Wissen Sie, mir ist es ja im Prinzip wurscht. Mir ist es wurscht, welche Hautfarbe Ariel, welche Hautfarbe Schneewittchen hat. Das ist mir Wumpe. Wir müssen uns nur gegenseitig verstehen. Und ich weiß darum, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich daran stören, wenn Ariel jetzt eine andere Hautfarbe hatte. Ich fühle auch komplett das Argument von Weird Flex, dass man sich dann halt eben neue Geschichten ausdenken sollte, die auch zu der ganzen Thematik passen und, und, und. Aber wir müssen ein Stückchen aufeinander zugehen und nicht mit diesem, ich meine, der Blick, der deutet es wieder relativ gut an, mit der geballten Faust in der Tasche so, jetzt gebe ich es euch. Tja, das bringt dir doch auch in einer privaten Situation nichts, wenn du mit einer anderen Person streitest oder in Diskurs gehst und dann diese Haltung einnimmst. Und dann hast du dann irgendwann da zwei Esel stehen, die beide keinen Schritt mehr weitergehen wollen und dann stehst du da. Was, was, was hast du gewonnen? Außer vielleicht die Esel, die ohnehin schon auf deiner Seite stehen. Die fangen dann an zu klatschen und zu sagen, ja, dem haben wir es jetzt gezeigt. Auf der anderen Seite passiert aber genau das Gleiche. Und das Einzige, was passiert, ist, dass die, dass die Fronten sich verhärten und die Esel fangen noch mehr an zu strübeln und zu sagen, nee, da gehe ich nicht rüber, das will ich nicht. Bah, eklig. Aber was Konstruktives entsteht nicht. Weil sie hätten gern ihr Whitewashing aus der Kindheit wieder. Und es wäre ja absurd, wenn man Märchen vielleicht ein bisschen neuer gestalten könnte und angepasster gestalten könnte und man nicht die gleiche weiß gewaschene, antifeministische Kackscheiße überall sehen müsste, mit der wir aufgewachsen sind. Ich meine, man könnte es ja auch nochmal anders argumentieren. Warum brauchen wir heute nochmal ein neues Schneewittchen? Warum brauchen wir heute nochmal eine neue Ariel? Warum werden diese alten Geschichten wieder nach vorne geholt? Warum kann der Altbestand nicht einfach genutzt werden? Er ist noch da, noch verfügbar für die alten Fans, die sich das damals angesehen haben, mit einem anderen Wissensstand. Und heute machen wir einfach was Neues, was Frisches, was in die Zeit reinpasst. So kann man es ja auch sehen. Und so hätte man es auch aus ihrer Sichtweise ja theoretisch argumentieren können. Ich glaube, die wenigsten stören sich an der Hautfarbe. Es liegt einfach daran, dass Disney alles eins zu eins übernimmt und nur die Person in divers verändert. Anstatt sich mal die Mühe zu machen, neue Geschichten auszudenken. Ich glaube, wenn komplett neue Märchen kommen mit diversen Charakteren, würde keiner sagen, boah, warum ist denn der schwarz? Richtig, da gab es auch, ich glaube, der Film ist auch von Disney gewesen oder halt von so einem Studio eben. Das war so eine Familie mit einem Dad, mit der Mom und die Hauptprotagonistin in dem Film, die hatte so eine ganz kleine LGBTQ-Flagge am Rucksack oder so. Und man hat in dem Film so ein bisschen mitbekommen, obwohl das noch eine sehr, sehr junge Persönlichkeit war, dass sie auch dieser Gruppe so ein bisschen angehört. Ich weiß nicht mehr genau, woran man es festmachen konnte. Es war so unterschwellig mit dabei, aber da hat es einfach gepasst. Neue Geschichte, lebendig gestaltet, divers gestaltet, das hatte was. Das war in Ordnung, das war vollkommen in Ordnung, der Film war richtig cool. Da ging es um, ich weiß nicht mehr, waren das irgendwie Roboter, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten, irgendwie sowas in die Richtung. Aber da hat alles gepasst, da war das ein stimmiges Konzept. Guckt euch mal die Disney-Filme an aus eurer Kindheit. Das ist absolut Rotze. Ich glaube, Don Röschen sagt in ihrem eigenen Film drei Sätze. Weil sie vielleicht gepennt hat. Und natürlich sind das alte Geschichten. Ich meine, ich erinnere mich noch an dieses Geschichtsbuch von damals mit dem Strubbelpeter und mit dem Streichhölzchen, was dann angezündet worden ist. Und dann ist das Kind, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Wir sind im Wandel. Betrachtet ihr alleine mal die unterschiedlichen Erziehungsstile, die sich jetzt über die letzten Generationen entwickelt haben. Dass alles ein bisschen weicher, safter und sowas sanfter wird. Das ist alles im Wandel, vollkommen in Ordnung. Wir dürfen das Alte nur nicht vergessen und sollten daraus lernen, wenn es zu unseren eigenen Standpunkten gehört. Und jetzt auch hier wieder das als schlecht und ekelhaft und schlimm zu betiteln, ist für mich einfach zu einfach. Das wäre eine super Diskussionsgrundlage, indem man einfach mal diese problematischen Szenen dann halt eben auch aufzeigt. Und diese klaren Bilder, die dahinter stehen, vielleicht mal aufdecken möchte. Da können wir was draus lernen. Drei fucking Sätze. Die Filme sind garbage. Ja, das ist doch auch normal. Don Röschen wird doch auch von irgendeiner Spinne gestochen und versinkt dann in den Tiefschlaf. Spindel. Spindel wird sie, glaube ich, gestochen, ne? Normal sagt sie da nur drei Sätze. Und wenn du dich daran störst, dass eine Prinzessin nicht deine Hautfarbe hat, dann bist du das fucking Problem. Und nicht, dass die irgendwann mal irgendwie irgendwo anders ausgesehen hat. Wenn du dich so sehr an der Hautfarbe von einem anderen Menschen, in diesem Fall von einem fiktiven Charakter, störst, weil er vor 30 Jahren in einem Kinderbuch mal eine andere Hautfarbe hatte, dann bist du fucking racist. Ich glaube, die wenigsten stören sich nur an der Hautfarbe oder nur an diesen Einzelheiten. Ich hoffe es jedenfalls, denn dann hätte sie recht. Den meisten stört es einfach, dass das Ganze so auf Krampf passiert, bei allem Möglichen jetzt dabei sein muss und die Geschichten halt wie gesagt eins zu eins kopiert sind. Nur weil es dir die nette Influencerin von nebenan verkauft und sie dir beiläufig ein Gefühl von Oh, du trägst keine Verantwortung, alles ist gut mitgibt, heißt es nicht, dass es richtig ist. It's fucking racist. Sich anti-woke hinzustellen und mit anti-wokeness propagieren zu gehen und damit Geld zu machen, ist fucking problematisch. Gratulation! Du bemächtigst dich der Gewalt der Mehrheitsgesellschaft über marginalisierte aus eigenem Profit heraus. Du reproduzierst rassistische, diskriminierende, marginalisierte Gedankengänge für Klicks. Weltklasse! What a premium take to be! What a premium influencer to be! Okay, schauen wir uns nochmal an, was Alicia noch kritisiert hat. Das heißt, sie versuchen Filme sehr divers nach äußeren Merkmalen zu besetzen, um eben in der Öffentlichkeit als fortschrittlicher, woker Konzern dazustehen. Im Hintergrund, das, was man auf den ersten Blick nicht sieht, stehen sie aber, ja für mich persönlich, quasi für das Gegenteil. Ich sag... Perfekt. Diese große Aufregung von Shuyoka gerade. Verpufft. Und ich hab darum gehofft, dass jetzt so eine aufklärende Szene halt eben kommt. Verpufft gerade. Ist weg. Zumindest nach meiner Sichtweise. Sweatshops in China, grausame Arbeitsbedingungen in den Parks, Lohndumping und, und, und. Das sind die eigentlichen Kritikpunkte von ihr und das hat jetzt nicht wirklich was mit Anti-Woke-Sein zu tun. Das ist halt perfekt, also nach meinem Gefühl. Ich weiß, auch in meiner Community gibt's ein paar Leute, die Alicia Jo nicht so toll finden, aus den unterschiedlichsten BW-Kunden. Alles in Ordner. Aber das, was sie sagt, passt hier gerade und ich verstehe auch den Hintergrund. Das ist so, als hättest du irgendeine Company, eine große Firma und du hast ein Produkt XY. und sagst jetzt so, ja, wir wollen jetzt bei der, bei der Jugend irgendwie besser ankommen und wir streichen jetzt unsere Firma einfach in einem schönen, saftigen Grün und sagen, dass wir nachhaltig sind, dass wir modern sind und diese tolle grüne Fassade, die wirkt und sieht gut aus und dann machen wir nur ein paar Werbevideos, aber im Betrieb verändert sich nichts. Das ist das ganz große Problem. Und das anzuprangern ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Also, ne, also auch wenn wir über das Original von Märchen reden, ist ja auch völlig absurd. Die Grimm-Märchen sind Märchen, die von den Gebrüdern Grimm zusammengesammelt wurden, nicht Märchen, die von ihnen erfunden wurden. Wir wissen teilweise noch gar nicht, also gar nicht mehr, wo der originale Ursprung dieser Märchen ist und es gibt ein Dutzend Varianten von diesen Märchen, die oft überall aus der ganzen Welt kommen. Es gibt also mehrere Interpretationen von verschiedenen Märchen. Wäre doch cool, wenn es Alicia auch in ihrem Video gesagt hätte, oder? Das Originalmärchen ist schon über 200 Jahre alt. Eine der geläufigsten Theorien der Entstehung ist, dass das echte Schneewittchen Margareta von Waldeck, geboren 1533, aus der Nähe von Kassel, also Deutschland, gewesen sein soll. Dass in diesem Bergwerk auch Kinder eingesetzt wurden. Denn die Gänge in Bergwerken sind klein und früher gab es jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichsten Kinderarbeitsgesetze. Und unter anderem durch das fehlende Sonnenlicht und die harte Arbeit in einem Bergwerk wuchsen diese Kinder nicht richtig. Bekamen Deformierungen oder für die damalige Zeit komische Erscheinungsbilder durch zum Beispiel auch so Dinge wie Arbeitsunfälle. Wenn man jetzt auf das Disney-Märchen von 1937 schaut, dann hat man hier, wie in ganz vielen Märchenfassungen davor, für die Erzählung das Fabelwesen Zwerg gewählt. Denn ich sag mal so, reformierte und in Bergwerken misshandelte Kinder, das hat eventuell den Erfolg des Filmes ein klein wenig geschmälert. Ja, wie ihr seht, hat es auch Alicia Jo in ihrem Video angesprochen. Es wirkt halt echt so, als hätte Shurioka ihr Video gar nicht gesehen. Aber macht ihr eine fette Ansage. Warum das bestehende alte Märchen verändern und keine neuen schaffen? Weil Märchen schon immer verändert wurden. Es hat sich nichts geändert. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, dass es extremer geworden ist. Es ist so furchtbar, wenn Menschen so ungebildet sind, was sowas angeht. Das würdest du doch niemals in der echten Unterhaltung so machen. Selbst wenn ich mich mit Menschen unterhalte und gut, vielleicht kommt es ein bisschen daraus, dass ich im Sozialen arbeite, auch ein bisschen verträglicher bin in Gesprächen und drumherum und alles sowas. Aber ich würde nie meine Hände nach hinten schlagen, mir dann das Gesicht zu halten und durch die Blume sagen, Mensch, bist du ein dämlicher Idiot. Würde ich nicht machen. Käme ich mir selber auch blöd bei vor, mich so meilenweit über einen anderen Menschen mit einem anderen Kenntnisstand hinaus drüber zu setzen. Das macht man nicht. Das ist für mich Anti-Links. Jetzt haben wir es festgehalten. Das Verhalten von Shuyoka in diesem Bezug ist für mich Anti-Links. Weil es antisozial ist. Finde ich Anti-Links. Kannst du nicht links sein, wenn du dich so verhältst. So, jetzt haben wir es festgehalten. Und sich dafür nicht genieren, sondern glauben, sie hätten irgendeinen pseudophilosophischen Take, den sie raushauen können. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die keine Ahnung von dem Thema haben, einfach ein bisschen mehr Scham empfinden würden, bevor sie sich dazu äußern. Seit wann ist es eine neue Interpretation, wenn du alles gleich lässt, den Film kopierst und einfach nur den Hauptdarsteller in divers umänderst? Vor allem wäre es ja auch verdammt interessant, wenn man so eine Komplettveränderung durchführen würde. Mitunter dann auch mit einem neuen und angepassten Titel. Weil die Grundgeschichte von beispielsweise Schneewittchen oder Ariel, das umgearbeitet wird. Wir nehmen jetzt mal, ich komme, ich bin jetzt richtig der kreative Typ. Wir nehmen jetzt mal Ariel und versetzen das Ganze in eine Sci-Fi-Welt oder so ein bisschen so Weltuntergangsszenario. Und die Menschen sind mutiert und haben sich dann gekreuzt mit Lebeswesen. Versteht, was ich meine, wo ich hin will. Und ja, dann wäre alles komplett neu. Und dann wäre es auch vollkommen egal, wie, was und wo geschieht, mit welcher Personengruppe. Versteht, was ich meine. Dann wäre das für viele wahrscheinlich verträglicher. Ich sage mal verträglicher. Es wird immer noch Leute geben, die sich darüber aufregen. Warum hast du denn jetzt Ariel den Film genommen und dann so durchgearbeitet? Aber es wäre wahrscheinlich verträglicher und würde besser angenommen werden. Und das ist die Aufgabe der großen Firmen, eben genau solche Sachen zu produzieren, die verträglich sind. Und die keinen riesigen Shitstorm produzieren und dann eben eine Personengruppe wieder angreifbar machen. Und da hilft es halt auch nicht, wenn Chuyuk ans Internet schreit, dass wir alle das Problem sind. Ich glaube, das stört die meisten Leute. Das ist wieder ein Punkt, in dem ich gerade privilegiert bin. Denn ich bin eine Frau, die gerade laut ist und die sich aufregt. Und dafür werde ich von vielen Menschen auch als hysterisch und als über... Nee, das mache ich auch bei Männern. Da bin ich modern und fortschrittlich. Ich finde Männer, genauso wie Frauen, die so sprechen, sehr, sehr unangenehm und spreche dem keinen positiven Benefit zu. Weil wenn man sich vor eine Kamera setzt, bewusst vor eine Kamera setzt, mit Themen auseinandersetzt und auch eine gewisse Verantwortung trägt, sollte man seine Stimme einfach ein bisschen trosseln. Das ist eine Meinung von mir, die kann man haben, die kann man mittragen. Da kann man auch von mir aus dagegen sein, da kann man sich darüber unterhalten. Aber da ist mir das Geschlecht sowas von Wumpe. ...emotional und keine Ahnung was wahrgenommen. Aber ich bin eine weiße Frau, die sich über etwas aufregt. Das heißt, der Anteil an Menschen, der mir in diesem Bereich zuhört, ist immer noch höher. Wir reden hier schon wieder darüber, dass das Wort Vogue entfremdet wird. Wir reden hier schon wieder darüber. Dieses Thema, ich bin weiß und privilegiert, geht mir so auf die Nerven. Ich meine, bin ich jetzt als Mann privilegierter als du, weil du eine Frau bist? Was ist mit einem weißen, hetero, cis Mann, der obdachlos ist? Ist er dann trotzdem noch privilegierter als du oder andere marginalisierte Gruppen? Anhand von äußerlichen Merkmalen, jemanden als privilegiert zu bezeichnen, finde ich irgendwo oberflächlich. Dass BIPOC-Personen vor den Bus geworfen werden. Und ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, wie absolut abgefuckt man als Schwarze oder als Person of Color, als Woman of Color ist, wenn man auf YouTube schaut und man hat diese Videos in der Timeline again and again and again. Und wenn du dich darüber aufregst, wirst du lediglich gemaßregelt von deinem Umfeld, das dir sagt, naja, aber stell dich nicht so an. Und wieder dieses BIPOC vor den Bus schmeißen. Was sagen denn BIPOC-Personen selbst zu Disney? Ich habe nämlich einige BIPOC-Influencer gefunden, die ebenfalls Disney kritisieren. Werfen sie sich jetzt selber vor den Bus? Man darf doch über alles debattieren, oder nicht? Warum weiß ich, dass du ein weißer Cis-Mann bist, wenn du so einen Kommentar schreibst, ohne dass ich fragen muss? Ja, wenn man nicht auf die Frage ein... Das ist alles so, so doll unangenehm hier. Aber wir sind gleich durch, nicht mehr lange. Wenn man eingehen will, boah, bist doch eh nur ein weißer Hetero-Cis-Mann, da muss ich nicht drauf eingehen. Ich habe mich da direkt nach dem Schauen so aufgeregt, dass das schon wieder von ihr kommt, sowas, und so uninformiert. Und hier kommt wieder das Hauptargument, du bist uninformiert, wenn du anderer Meinung bist. Was kann ich abschließend sagen? Für mich wirkt das so, als hätte Shoryoka das Video von Alicia Jo gar nicht geguckt. Ich finde, das merkt man auch besonders, weil Shoryoka Strohmann-Argumente aufstellt, also Dinge behauptet, die Alicia Jo gar nicht in ihrem Video gesagt hat. Dafür, dass ich mir jetzt diesen ganzen Mist geben musste, erwarte ich ein Like von euch. Kommentiert mal, was ihr davon hält und bis zum nächsten Mal. Ach ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Okay, die Outtakes müssen wir uns jetzt nicht noch geben, auch wenn die mit Sicherheit witzig sind, die behalte ich euch vor, damit ihr euch das Video auch noch anguckt. Da würde ich euch nämlich darum bitten, der liebe harte Kern, natürlich geben wir dem Video auch ein Like. Das war harter Tobak. Schreibt mal eure Gedanken in die Kommentare. Liebe Hardcore-Zuschauer, was habt ihr so gedacht? Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass Shoryoka sich ein bisschen überarbeitet hat, verträglicher geworden ist, aber dem ist nicht so. Und ich finde es halt ehrlich gesagt schade, weil die Standpunkte, die sie hat, die sind ja verteidigungswertig. Die kann man verteidigen und da kann man diskutieren, machen und alles. Aber das ist nicht in ihrem direkten Interesse. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Mach das Beste draus. Esst Haferflocken und seid nett zueinander. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag.